Und jetzt haben wir das auch nicht? Ja, ich will hier aber alle nachdenken. Sind da nur zwei Eifel? Ja, sind sie bestimmt schon nicht zu lang? Ich fühle mich nicht. Nur, siehst du? Also nicht für dich. Aber hast du dich überlegt? Auf die Wiese. So, aufstehen. Aufstehen. Wieder runter. Du? Da liegt ein Ding. Aber du? Da liegt ein Ding. Was? Wieder ein Stopp. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ja. Ja. Dann kommt die Pша hin. Ja. Und? Ich kann zum Beispiel das nicht schützen. Ich kann das nicht schützen. Ich kann das nicht schützen. Wieder netter hochklettern. Mami ist eingeschickt in 1,5 oder 2 oder 3,5 oder 4. Dinge? Äh, kleine. Jetzt noch eins. Es ist nicht eins. Das ist ja sowas wie Sprintlager, dass es wie eine Eisräume ist, also wie ein Mordprogramm. Seht ihr? Hier kann man noch aufhören.